Ne, ich habe jetzt die ganze Zeit als Killer gespielt. Okay. Ich habe jetzt insgesamt in zwei Stunden oder drei Stunden habe ich 757.238 Lootpunkte gemacht. Ich habe jetzt noch 64.300. Ich brauche noch 250.000 und dafür habe ich es geschafft. Das Problem, jedes Mal, wenn ich sehe, bei euch zum Beispiel, wenn du in einer Party bist mit Chris und sowas, ihr seid dann jedes Mal voll. Ist meistens immer so, das geht bei uns eigentlich ganz schnell. Ne, gestern hatte sich nochmal eine gemeldet, dann wollte ich die einladen und dann hat sie gesagt, ne doch wieder nicht und war dann auch immer nervig. Oh, ich bin Level 1, mal gucken, ob wir was finden. Ach klar, immer. Von den Rest, keiner da. Ach, keine Ahnung. Der Chris ist zwar irgendwie on, aber keine Ahnung. Der ist eh mal on. Der besitzt mal die Partys. Der Kevin, der muss irgendwas machen und ab 18 Uhr hat der Nachtdienst, zwölf Stunden. Okay. Und der Martin, keine Ahnung, macht bestimmt noch irgendwas und kommt gegen Abend oder Nachmittag. Ja, ich denke, dass ich abends auch wieder da bin, also ich muss morgen Mittag mal weg, ich gehe morgen Rufschrauber fliegen, aber ansonsten kein Problem. Ich habe ja bei Jochen Schweizer so einen Flubschrauber-Rundflug geschenkt bekommen und den. Eigentlich sollte der vor einem Monat sein, aber dann war es so extrem neblig hier und da konnten die nicht fliegen, dann haben die jemanden angerufen. Und ja, das haben sie noch nur den 29. Oktober verlegt, morgen um 12 Uhr, also heute in 24 Stunden, mal gucken wir mal, ob es funktioniert. Ich hoffe, dass das Wetter, dass es kein Regen oder so ist. Jetzt ist halt das Wetter eh, Kacke. Ich bin erst mal froh, dass ich jetzt das Wochenende frei habe und nicht arbeiten muss. Ich muss Donnerstag wieder arbeiten. Weil ich auf Wohntag, aber mal gucken, wie es bis dahin meiner Erkältung geht. Ich glaube, bist du ein bisschen kränklich oder was? Bist du ein bisschen kränklich? Ach, es fängt wieder an. Ich habe meine Hustlupfen und alles nicht richtig auskuriert. Deswegen, gut, ich war jetzt die ganze Zeit arbeiten und ich berge wieder so langsam, dass das wiederkommt. Da ich im Krankenhaus arbeiten muss, als ich das Praktikum da machen muss, werde ich wieder arbeiten gehen, wenn ich krank bin. Und ich habe keinen Bock, dass dann wegen mir die Leute eine Pneumonie oder so bekommen. Ich habe gar keinen Bock drauf. Wir hatten gestern echt ein paar Killer, also wir haben halt auch Viererlobby gehabt. Und dann sind zwei halt während des Ladebildschirms geflogen, dass wir halt nur noch zwei zu zweit waren und halt Regeneratoren. Und der Killer stand dann daneben und hat mit uns gefarmt. Den habe ich dann geschrieben, Dankeschön, weil der so, ja, ist doch kein Ding. Also für zwei waren es auch immer scheiße. Ich hatte das jetzt vorhin, wo ich die Hexe gespielt hatte. Ich hatte, glaube ich, immer meinen Mentumor ist drin und irgendwie, keine Ahnung, es waren immer zwei Leute da, weißt du? Ja, dann kannst du uns auch nicht killen. Nee, nee, Quatsch, nee, es waren vier Leute da. Den einen habe ich aufgehangen, zwei haben direkt Disconnect gemacht, weißt du? Ich habe es den anderen besucht, der hat den dann abgehangen. Da hat der eine ganz alleine die ganze Zeit Generatoren gemacht. Da hat mir der eine geschrieben, ja, der hat gar nichts gemacht hat. Ja, er will ja durch die Luke, das habe ich nicht, das habe ich gesagt, dachte ich mir, du kannst mich mal, weißt du? Der Typ macht die ganze Arbeit und alles und der macht nichts und versteckt sich in der letzten Ecke. Dann habe ich den gesucht, habe den auch gefunden, dann habe ich den gemurriert. War mir scheiße. Ja, da ist es richtig so. Ja, da meinte er, wie hinterfurtig ich denn wäre. Ich so, hat nichts mit hinterfurtig zu tun. Ich so, hallo, der Typ macht alles alleine und du hockst dich irgendwo hin und willst durch die Luke. Das kann ich auch nicht, ab, irgendwo in der Ecke zu sitzen. Ich meine, manchmal gibt es halt so Momente, wo es einfach nicht geht, dass du irgendwie irgendwas machen kannst, weil du hast ständig den Killer an der Backe oder irgendeine andere Scheiße. Aber gut, passiert dann halt manchmal. Ich habe auch so Runden, wo ich dann gekommen bin nur, aber halt keine Granatur gemacht, weil da ständig nur der Killer hinter mir hing. Das ist halt was anderes, aber sich in der Ecke zu verstecken und... Das ist ja was, das ist ja was komplett anderes, weißt du? Aber wenn man doch schon sieht, dass der Killer dich doch machen lässt und der macht einfach nichts, ja, Pech. Hm, da hätte ich noch gekillt. Was ist da? Das sind ja komplett zwei verschiedene Sachen. Ui, ui, ui. Ich glaube, es liegt tatsächlich an deinem Rang. Ach, Quatsch. Ich habe gestern mit dem Chris und alles, habe ich immer Lobby gefunden. Die sind alle Rang 20. Okay. Na, haufer, warte. Ich bin jetzt nur noch Rang 19. Boah, ein bisschen müde. Ich habe ja jetzt mal weggeraustellt. Sie hat im Viertel auf den Frieden klingelt heute Morgen. Ich dachte, nein. Weil ich vorletzten Samstag auch arbeiten musste. Aber heute, weil er also freiwillig ist, habe ich abgesagt. Ich verliere so viel Geld durch die Abzüge mit dem Weihnachtsgeld im nächsten Monat. Ja, keine Grunde, warum wir keine Lobby finden. Die Lobby ist verpackt. Ah. Ich muss nachher, wie wir zu essen mal machen. Ein paar Nudeln kochen und ein bisschen Thunfisch rein und gut isst. Und ich esse noch ja, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ach, ich müsste heute eigentlich noch so viel machen, aber nö. Oh, GTA, ich verschenke Geld wieder. Abend Geld zu viel. Ja, wegen Vierjährigem. Vierjähriges Überleben. Ach, wegen GTA V oder was? Was ist das jetzt vier Jahre schon drin? Vierhunderttausend kriegst du für das einmal eindobben. Wow. Aber dafür extra wieder GTA reinzuschmeißen. Braucht zu schmeißen, hab ich keinen Bock. Ich spiele zu selten. Oh Gott, was hat der für einen Ping. Oh Gott. Geh wieder runter. Ja, ja. Aber immer noch 180. 182 oder 183. Alter, warum haben die alle so eine Bambusleitung? Warum? Jetzt geht's runter auf 170 oder 79. Also ich sag mal mit 180 herum hat der jetzt einen Ping. 200 wieder. Naja, jetzt geht er wieder hoch. Patsch. Mal gleich mit dem Grund. Also eigentlich können wir rausgehen, weil... Ja, so spiele ich nicht. Nee, ich auch nicht. Das wird längst ohne Ende. Nee, der wird hinter dir klebt. Das sind meistens so. Ja, wir hatten... Die holen sich ab'n Vorteil. Wir hatten gestern Abend... Oh, das war total ätzend. Ab so 22 Uhr. Aber da kamen nur noch Leute mit 300 Ping und 400 Ping. Und ich dachte mir so, Alter, nee Leute, ich geh jetzt pennen. Ich hab keinen Bock mehr. Weil wir haben echt zwei Stunden fast gesucht. Und ach nee. Darauf hab ich denn nicht kriegen. Okay, nee. Also echt nicht. Nö. Jetzt wollte ich gerade wachen. Hey Katze. Na, geht doch. Ich glaube, ich nehme nicht meinen Leela-Hackzeugkasten mit. Habe ich... Ey, ehrlich, ich hätte da schon Bock. Dann nehme ich lieber auch meinen Leela-Hackzeugkasten. Sani, 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 Kasten. Och, ich hab ja was zu in der Flucht drin. Wie viele hab ich in der Flucht drin? Och, davon hab ich noch drei. Ich bin schuld. Ich hoffe ja, dass es Mayas wird. Wieso? Den Mayas, den wir gestern hatten, der hat uns in fünf Minuten alle vier gehabt. Das ging natürlich eine Runde. Vorher sind wir dann alle entkommen. Was tust du, Katze? Mein Kater liegt gerade bei mir. Momentan pennt der bei mir auch auf der Heizung. Weil die alt an ist. Und da ist es schön warm. Das ist die Lobby. Ja. Oh Gott. Alter, Kevin. Guck dir das an. Hast du das gerade gesehen? Weil mir schon war gerade 600er Ping. Am Anfang. Vergiss es, der 230. Ne. Ja, 200er Unruf zerquetschte. Warte mal. Wird wissen wir. Ich weiß, wie wir es können wir machen. Aber es wird so rumlecken. Ja. Ja, ist um die 200. Das war bei mir 230. Also mir ist egal. Ich hab eh nur Geld mit an die Kasten. Ja, trotzdem egal. Ich geh raus. Ich spiel so nicht. Ich wünsche, das geht jetzt die ganze Zeit so. Ja, ich weiß nicht, was die alle für... Die alle für komisches Internet haben. Ich mach mal auf gerade kurz. Na, komm. Was machst du auf? Ich mach eine Lobby auf. Ach so. Ich möchte nicht mehr. Ja. Wer ist draus? Wer ist draus? Musik Ab 25 kriegst du den vierten Slot, ne? Für die Perks Ja Gut, das sind nur noch vier Level Das ist 21 Was? Du bist... Oh Gott Was heißt denn du für Perks, bitte? Ich hab noch nicht so gute Sachen Ich merke grad Ich warte halt nur momentan auf äh... Boardtime und so Ja, ganz ehrlich, Kevin, mach das doch lieber so Sammeln erstmal Punktpunkt und dann Level immer die Leute hoch Ja, ja, ich sag mir jetzt grad, ich bin zwar wie gesagt bei 64.000 Immerhin wieder Ja, ich würd die ganze Zeit... Ooooooh, alter Warum habt ihr alle so einen hohen Ping? Alter, Kevin Ich glaub, das wird nichts mehr Was sind das für Abfuckkiller Ja, die holen sich damit halt die Vorteile Ja, ob die das wirklich mit Absicht machen will, weiß ich ja nicht Aber... Na komm, lass uns machen Na, das wollen wir jetzt wieder 500.000 Mal suchen Wird immer wieder das Gleiche haben Ich probier's halt, einfach probieren Heiner ist jetzt rausgegangen schon Ja, ja Kommt doch mal mit einer Oh, jetzt geht's wieder nicht Alter, das wird so ne Abfuckkunde Und dann werd ich mit dir noch Letterface oder Billy Bin mal gespannt Oder was zum Kämpfen Oh nein Oh nein Oh nein Super Hört man meine Freude Toll, ne? Ich glaube der hat Macht das tatsächlich da mit Absicht, dass der so einen hohen Ping hat Und dann die drei Haken macht, dass der... Und es alle lief nicht zu sehen Ja, okay, sorry, wenn ich auch drei Haken hab, mach ich die auch direkt rein Wenn's Blutpunkte-Event gibt Aber du hast ja wahrscheinlich einen... Guten Ping Oh, das weiß ich überhaupt nicht Keine Ahnung Bis jetzt hat sich noch keiner geschwählt Hm Ui Ich hab ja auch noch nicht, glaub ich, öffentlich gegen die Killer gespielt Ich hab nur einen alten Killer5 ins Runde Da kann ich's ja auch nicht sagen Ach, keine Ahnung Ich glaub der, der... Martin oder der Chris haben schon einmal öffentlich gegen mich gespielt Da war der Ping eigentlich in Ordnung Also wir haben nix gesagt Hm So, jetzt lass es am besten noch Larrys Institut sein Und dann bin ich direkt eh am Arsch Ja Aber ich glaub ich hab... Ne, ich hab der Krotus Brenn reingesetzt Äh, als, äh, Aufvergabe Tatsächlich Ja, das geht Deswegen Bis vor die Scheiße da kommt Oh, Alter, ja klar Moment, wie sieht's aus? Leckt er? Das leckt... Oh, ja, aber sowas von... Aber sowas leckt der Scheiße Ja, klar, natürlich Alter, hätt ich bloß nicht angekommen Wow, Kuchen, der Flug bringt mir direkt null Er ist Gott sei Dank kein eigener Schritt Der leckt selber rum, wie verrückt er Erst hinterm Haken Vor dem Haken Geh wieder Du hast den Ixen auch schon erwischt Ja, der Ixen liegt da auch wieder, das war's, ey Oh, ja Vergiss es, hol mich nicht Die kommt wieder zu mir Sie hat aber den Random Nein, der liegt nur Jetzt hebt sie den Random auf Jetzt kannst du mich holen Das ist sogar die... Ja, ja Ganz hinten in der Ecke der Generator, der wäre... Angefangen Oder hinten durch Oh Alter Die hab ich gemerkt Also die hab ich an dir vorbeifliegen seh tatsächlich Weil die bist direkt hinter dir Also die ist quasi zwischen uns durch Leck, oh mio Weißt du, wo du bist? Ja, ist scheißegal, ich hab die Manikas Oh Mann, ich mach einen Generator, ey Ja, warte gleich Ne, ist fast fertig Der war auch fast fertig schon Als ich dich kurz geholt hab Der ist doch fertig Ja, einer, wow Die ist gut, die älte Was heißt gut? Es leckt einfach nur wie behindert rum, ey Tch Ach Sie ist gut, die älte Tch Was ich weiß, dass jetzt schon mein Rang 1 weg sein wird Hm? Mein Rang 1 wird auf jeden Fall jetzt gleich weg sein Ich höre sie, aber ich seh sie nicht Ich glaube, sie steht nicht all zu weit weg von dem... Ich gucke, ob ich ihn holen kann Ja Wohle auch nicht Tch Das ist die älte Okay, doch Okay, doch Patsch Hat sie den wieder Ich hatte nicht gesehen, dass er die abgelassen hat Nein Der ist weg Ja 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 Ich hatte nicht Ich hatte nicht gesehen, dass er dann tatsächlich Dass er ihm wieder hinterher ist Scheiße Was meint ihr nicht hier zu dem Ragen? Geh weg von mir, Alter Oh, der bringt sie jetzt zu mir zu meinem Generator, der fast fertig ist Wo ist die? Was ist dann när Was ist denn? Bist du bei dem Random in der Nähe? Ja. Da hast du eine Frau auch, aber... Hm. Ja. Na. Bawa. Bawa. Ich bin 20 degree von. Rappartig. Drei, stück. Drei, stück. Drei, stück. Drei, stück. Drei, stück. Nee. Kommt jetzt eh wieder hoch. Verdammte Rotze. Patze die ungewiesen. Boah, wie schnell die auf einmal unten? Die ist runtergesprungen, direkt auf mich drauf quasi. Ja, das geht. Alter, kommst du jetzt mal her, um dich heilen zu lassen? Ja, natürlich findest du direkt einen Haken. Geht wieder rein. Macht wahrscheinlich den Generator kaputt. Der war nämlich fast fertig. Ja, sie steht eigentlich da oben, wo sie gerade auch runtergesprungen ist und guckt. Also hat sie eben gerade kurz geguckt. Ja, sie guckt da oben. Also sie kämmt. Ja, jetzt kommt sie irgendwie so. Läuft sie unten rum. Ja. 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 Boah, was? Wie? Oh, fuck you. Random macht bestimmt wieder nix. Könnte ich gerade nicht sagen. Ja, wie? Oh, goh, goh, goh. Oh, 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 oh. Ja, was? Ah, wo? Na, weil man ja nichts macht. Oh, 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 oh. Ja, wo? ja ich dachte auch die wer da oben gewesen weil saß er erst so aus aber der ist unten wie ich sowas hasse Anti-teammates ey manchmal dieses Spiel so abfackend ja war klar der sucht Luke das interessiert den jetzt doch gar nicht mehr ich hasse die Randoms ey voll behindert da könnte ich einen Hals kriegen ja warte der macht ja anscheinend sich zu dir zu bewegen der guckt jetzt grad der checkt jetzt grad die Lage aus ob der die Alte nicht hat und kommt jetzt in deine Richtung ja ich seh das da selber aber bringt doch eh nix in der mich runterholt kommt die Alte wieder zurück ja klar kommt die zurück würde ich jetzt genau auch machen weil die bekommt doch mit das wird kein Generator gemacht sonst wäre entweder der schon oben angegangen ja ich bin jetzt eh tot die Luke geht noch nicht auf jetzt ne nein die geht erst auf wenn ich vollständig tot bin ne wenn dann geht sie auf doch die geht jetzt auf ok ich hab gestern auch in meiner Runde ein ähm der äh wo der Killer uns alle vier niedergeschlagen hat die anderen drei waren geholt worden und ich bin quasi in die Luke reingekrochen konnte sie tatsächlich noch war der Zufall halt in dem Haus äh in der Hütte drin im ich glaube Schrottplatz war es glaube ich alter lebt das ohne ich hab wieder reingekrochen ich hab wieder reingekrochen such mal die Luke ich hatte aber vorhin richtig äh guten random ey leko mio hat sie na der hat sie ich bin bei ihm oh das war knapp es war wirklich knapp aber auch gut erz na ich hab vorhin wo ich Killer gespielt hatte und richtig geguckt nur dann ey alle drei waren schon tot ich musste nur noch den suchen und ich hatte die Luke und ich stand nur auf dieser Luke sag mal der Penner der hat noch die restlichen drei Generatoren gemacht ne